hey leute willkommen zurück zu saufbar ich freue mich immer wie ein kleines kind lassen sich stehen geblieben beim taco bell und ja das ist immer den wachmann ablenken ich habe mir fast den mundfußlich warten schon nicht mit racer player anders battleground knappe kiese ich hab so schleißer sachen ich mag es bringt dass sie noch zu weiter nicht könnten jetzt aber scheiß drauf dahin also dahinter being stopped by a fever family nein nein endlich das wollte ich mir machen noten kleidung schwätzen so viele tage waren ja nicht bei sich gehabt kann man wieder einst hoch in unserer fähigkeit ich hoffe die tasten immer ja ja nein den luten stein hammer okay rostiges rohr das ist noch krass ja ich kann nur hier ein ok so far we have been unable to stop the ufo from leaking the toxic waste we've contained all we can but there are no guarantees an outbreak will not occur and does the alien liquid appear to have the same effect as last time i'm afraid so when the alien waste reacts with organic material on earth it turns things into nazis amy nicht ein erz wir haben wege und mittel sie zum sprechen zu bringen wir haben schon wieder deutsch ist alles zensiert leute aber wir kennen alle das symbol macht nichts wir wissen was er macht everything in a three block radius find locations for the bombs and very at all then make a fake story about an earthquake we can contain the outbreak this time if we are quickly enough let's move ich habe die gegen nazi zonig ich bin record ich werde es hier für ein paar minuten dann komme ich zurück und habe es in kripte ich bin auch deutscher also deutschsprachig gibt es drei ich bin österreich noch besser österreich fuck you das ist so geil mit dem 9 ach du lieber weg in dem schild scheiße das muss mir die arm ist ja da kann man muss gemacht okay der ist ja easy scheiße scheiße das ganze weg nein 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 nazi zonb kann gegen uns ja nichts machen so bitte es sind gott wir haben die arm schleife das wort beste geil hat's zwei geiles zeug das ausrüsten ich sollte das umweg ausrüsten wenn es steinhammer naja nehmen wir mal dann zum wort was du kannst du dann wenn du einen feind höchst die fähigkeit was du als fähigkeit 30 rüst und wir haben noch die fähigkeit stinkbombe wird verdorbene eier okay das kann ich nicht lernen das muss ich erst noch üben ich mache mal voll vorteil aber keine magie haben es gibt noch ein vorzug noch zuerst hingehen hier das tonband heute macht sicher mehr sind wir erst mal mit ihr ist das strom bringt bei 50 anband wird damit zensiert aber lustig zinsiert jeder weiß doch was ja gibt wie die aussehen und so weiter aber ja jetzt sind sie wollen jetzt immer wieder hier liegt auch ein toter haben wir umgebracht nur weiter mal der wurde jetzt noch noch mal vom zombie umgebracht 3 ist schon hart der kopfschuss gemacht wir fahren wir aufgreifen da sind leute scheiß nazi auch so sie wie sie deutsch du brauchst man ein langer 40 prozent haben wir ein bad das dann manchmal dann macht professor kaos sind so viele wenn ich hier auch was aktivieren muss das war das genau dem wow das war nicht schlecht was war das ich kann nicht mit dem zombie große meistern hat sich so ein bisschen von hinten müssten wir morgen können so lustig wird die deutschland erneuter angräben er wird doch nur nacken angriffe aber ganz ja brennt blutet meist du greifst den hinteren dann heißt es gut gebraucht hinter mir dann weil der vorderen block ich will das ist noch mal ein paar das ist gestorben aber der steht auch gestorben neuter angriffe umgebracht hat aber ja da hätten es geld das ist eine rüstung das ist mir die deutsch reden die amy ist das wohl finden geht's gut die schlafen nur leute mag das wieder geheißen ok wenn der nazi zombie epidemie ich habe mir nur was wir machen jetzt meine freunde vergessen mit schwäck quests abgestellten rat zurück im bericht von den erkenntnissen wir brauchen team immobil immer schelten leute im marschall luke dem express zum elternrat immer keine sohn die kauft kids das kriegen wir jetzt wahrscheinlich weil wir voll geiles wort ausrüstung musste sein das muss jetzt verdient definiert den ganzen tag jetzt nicht zu tun ok jetzt sind sie alle was ist das? es ist eine Rekordung es gibt Daten hier sie haben nichts gesagt? welchen Art von Taco Bell wird es sein? wann werden sie es fertig werden? shhh shhh all right we're gonna have to completely obliterate everything in a three block radius what? set charges underground to blow up the area and bury it all then make a fake story about an earthquake you're gonna just blow up three blocks? sons of bitches YOU SONS OF BITCHES what gives them the ride? i knew there was more to this it's not a simple taco bell we're dealing with it's the most massive taco bell ever oh man you see ever since the whole doritos locos tacos thing taco bell thinks they can do whatever they want well not here not in our town yeah you've done well new kid we're not going to let taco bell win i'll take that picture you wanted now of you with the pta yeah nice i'll send it to you danke erstmal so umziehen ne wir sind gauf aussehen gauf leute gauf mit kostüm natürlich gauf handschuh so 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 fettner haben wir in der hand nice nice läuft jetzt habe ich fast gar nicht gesehen ach du scheiße nazi zombies überall kopf kids wir brauchen euch ist die direkte ihr habt kaffee jeder braucht kaffee kopf kids wenigstens richtig immer sehen können wow he did it nice ja but he's still not goth he'll have final test you may look goth frodo but can you dance goth mess he 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 cigarette neck kaffee oh god less enthusiasm oh ich hasse nein ich verdrückt mich die ganze zeit nein ich verdrückt mich die ganze zeit nice try frodo but you dance like a freaking ah ich kann sowas nicht ich kann sowas nicht you can't dance so just stop wasting our time with your posing dann sie wie ein kopf und auch im gefilte ein bisschen nicken das war tanzen das war schmerzen so ähnlich die coolen kids die richtig cool das sind die coolen kids hier leute aber das outfit wieder ändern das wort war einfach zu gehen ja erst mal handflägt spieler riesen schnur war die kinden hatten wir schon das geld an kaputt war habe ich nicht so um das eichwäldchen nase überrückten das ist jetzt noch sprich mit kyle doch müssen es aussuchen zu kyle zu katman ehrlich gesagt ich mag karten lieber ist kyle zwischen stamm also rennes also wenn wir uns denn oder karten was er einfach aber ganz ehrlich leute ich mag karten lieber ist hat man lieber ist kyle eigentlich scheiße wie jetzt kamen wir sind immerhin wir sind immerhin schon ich spare ich spare ich okay rüst muss es ab 11 dann nämlich die wacht wenn wir auf erst mal mit ich finde die cooler als unseren starb ja das ist eben diese axt an also wenn das nicht cool ist aber sie hat man ich werde dich 이것 ist jumping some fucking small okay and ii Lady Kenny Seht euch das an wie ich Die Sau Und Nazi zum Beispiel Ihr habt den Nazis vergessen wir konnten sie mir aber nicht sagen weil wir zu cool sind und zu reden Gästchen 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 Ich bin noch nicht begeistert Gästchen Gästchen Well, we'll came in 50 schaden gegen blutende feinde geld darf die schule an ja kann ich ja gerade so dunkel die nazi zollerwöchst ich muss nun okay das wird einmal geheilt hier ich habe vergessen die stinkpumpe nice mir das team bockmann ja es muss hier den ofen sprengen das ist klar ich will hier rein die ganze hier sind zerstört aber was hier in der schule abgeht und warum hier facken noch mal messer umsteckt krassen wo sie die nazi zum bis in der nächsten folge